hallo gaming video nummer ich glaube vier glaube ich haben ja genau das war glaube ich number three und ja ich habe lange weil ihr habt lange weil ich hab heute schon da so viel sauber gemacht ich kann schon mal vom boden essen deswegen ziehen wir mal ein gaming video und wir spielen heute rainbow ich glaube heißt so ja genau wir machen es mal ich bin gespannt bis gleich was tun ja klar ich musste schießen ich fühle es einfach mit einem mit einem ist voll gut fahr geradeaus wie beim lauf und spring x da kommt aber nicht jetzt so ich komme über die treppen es ist wieder so jesus mal ganze bildschirm immer noch drehen wie du den controller dreh ist ich hab ne bombe gefunden nein das war's nicht du ich war das wohl ist mein team und dann heißt es auch nö ja wer denn das alter ja ich hab's nicht gehört kann ja was anderes du hast eine bombe suchen nee gleich ja laufen ja ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe vorwende joy stick musst du drücken so rennst du dann du kannst nichts zu springen du musst leute umbringen ne da ist aber keiner du musst in das haus ein das haus muss ich spielen okay ich muss einfach wieder umbringen das ist so einfach toll weißt du jetzt bin ich immer soziale bevor da dreht sich mal um ja das ist fein ne nein das ist aus deinem team aber den kannst du töten nein lass es schieß wie kommt es rein du musst es aufschießen kaputt schießen jetzt kann sie rein die bombenen schärfer scheiße du hast den bombenen schärfer fallen lassen ich hab nix fallen lassen das ist typische scheiße hier alter ich hab doch koordinationsstörungen deswegen spiele ich das spiel immer voll gerne wo bin ich denn jetzt will auch da ich gehe mal an der wand immer an der wand immer an der wand ist am sichersten was lieben noch drei aus dem gegnerischen team und zwei bei dir ich lebe noch ja du musst jetzt kämpfen wenn sich gleich einer umbringt die decke die haben schon ein stück an der decke gut an den markt da ist keiner kann ich keinen töten hilf ihm geh dahin warte ich helfe hallo der war genockt dem musstest du helfen ja ich habe einen toten gereiztet ich bin nämlich ein doktor auch jetzt bin ich wieder da drinnen alter ich sag ja ich hab was ist das geschehen denn du bist ja tot du belebst als einzigste ja ich bleibe auch schön mit dem arsch warte ich gehe mal ganz weit an der wand zurück wo keiner kommen kann ok wenn das ein ziel ist ok ich hab das ich muss erstmal drehen und dann schaue ich das ok ach mensch wo muss ich denn hin da ne wo helle ist muss ich stehen ne ne da ist es doch du bist ja schon da wo muss ich denn der ist raus ach ja oh jesus ich muss mich doch alter ich sag ja ich und drehen na das ist doch die zeit abgelaufen bitte hab ich dann verloren ich lebe noch du hast keine bombe entschärft alter ihr seid voll blöd das bin ja voll blöd ja du bist schlecht ich bin gar nicht schlecht ich hab nur koordinationsstörung wer bin ich jetzt such dir aus ich bin der kann nein kannst du nicht wer bin ich jetzt bin ich hier mal ein schönes jetzt hast du nämlich keine pampen was hab ich jetzt ne aug was ist das denn liest du gleich ja irgendwas für bescheuert du stimmst lass mich fragen ich muss wieder die bombe suchen ich muss wieder mit deiner drohne fahren wo die sind hier unten oder ne ne ach du hast schon gefunden nein du nicht jemand anderes ach wieso immer nicht ich guck mal wie schön ich das kann ich will auch ne bombe finden ich kann das voll gut wende den sozialen toll ich bin schon wieder da warte mal die bühne tesser muss ich die töten nein das ist dein team ach so ja warum hab ich gar keinen töten ey guck mal was für ein arsch hier da ist einer wo da was muss ich machen da sind gegner da hinten da hinten im raum ja musst du umbringen ich muss mich da erstmal vernünftig drehen ey ich kann schlafen da vor dir jetzt hat er dich umgebracht wieso hat er nicht dein umgebracht das ist doch hinter uns ich hab dich noch niemals gedreht was jetzt da war deine drohne du hast sie da stehen ne du hast sie da stehen lassen wie muss ich die alle abholen nein du hast sie da stehen lassen deshalb kannst du nur das sehen ich kann aber nicht zeitliche bombe entfärft mission erfolgreich voll gut jetzt müsst ihr die bombe beschützen jetzt gleich in der nächsten naja ich weiß du bist schlecht naja du bist jetzt einfach die 247 vor kommt irgendjemand noch ich muss nichts tun ich muss nur gucken dass da keiner hingeht eigentlich musst du noch Wände verstärken aber es ist zu schwer dir beizubringen Wände verstärken ich kann gucken dass da keiner hingeht das kann ich gut ja kommt keiner dann werde ich rausgelassen aber ich muss mich einfach ich führe mich einfach zu der oh wo ist die bombe denn jetzt schon wo kommt die schon ist da schon einer wir gehören die einfach alle zu mir wir gehören alle zu dir komische komische da welcher der ist der da los ja der ist meiner und wo schießen die auf den gegner ja aber wo ist der denn ja da in der ecke ja jetzt bist du tot bin ich spiel vor scheiße von dir ja du bist tot das ist teammate von dir ich bin da ich bin da es gibt es einfach zu nö ich bin da es gibt es einfach zu nö ja es ist noch eine runde ich kann das einfach auch nicht wo sind das alles meine die da laufen naja kannst du ja jetzt einmal auf einen schießen wenn du kannst du ja jetzt auf einen schießen wenn du kannst du ja jetzt auf einen teammate von dir ich muss aber doch erstmal einen finden da schieß doch einfach auf den ich muss da erstmal gucken dann hast du einen umgebracht dein eigenes teammate dein eigenes teammate ich kann nicht schießen einfach doch kannst nicht mit r ach so was ist das 2 ach da hast du nicht gesagt ich kann mit x schießen na ich muss erstmal den bodenlaub gucken ja jetzt geh zu so einem ich geh doch schon oh ich bin von der wand gelaufen ich wurde hintergekommen von wo von hinten hinterfotzigen da von hinten kommt es ein arschgesicht ich gehe knapp meine bombe entdeckt verteidigen sie ja wo denn ich muss sie jetzt mal finden verteidigen kann ich vorher gut ich kann mich nur entscheiden schreibe mir einfach davor ups ja ich bin auch gleich da oh da war keiner vorgegangen oh jesus wo ist denn jemand mit den jetzt ich kann die nicht verteidigen wenn ich die gar nicht finden kann das ist einfach nur d-u-m-m das spiel ist voll scheiße oh jetzt sind völlig fast die Treppen da unten wie Schredder ne ja aber ich glaube noch heute da war jemand ich hab was gesehen wieso kann ich nicht da hingehen da kannst du hin ich muss immer nach oben gucken ich muss immer nach oben gucken einfach wo war ist das denn das stößt mal in der Wund ja immer mit dem Arsch an der Wand lang ja ich hab was gesehen Alter gibt es auch Spiele die ich spielen kann so mein kleines Pony oder so ist wahrscheinlich voll das Spiel für mich oder so aber ne es ist wahrscheinlich auch wieder voll kompliziert aber ne es ist wahrscheinlich auch wieder voll kompliziert ich bin mal bei Urlaub so ich bin mein kleines Pony hab ich früher immer voll gerne geguckt mein kleines Pony gab es auch voll die Spiele von ja ich bin alt aber ich bin hier raus Mann was war das hier schon wieder für ein Geräusch Entschärfer lokalisiert sofort deaktiviert ja ich entschärfe hier gar nicht ich lokalisier auch gar nichts ist alles was für einen Arsch da bin ich immer mit dem Arsch in der Wand lang und bei Lito bin ich einfach scheiße ich bin einfach kein Zocker es gibt kein Spiel für mich bin ich jetzt schon wieder unten ne ich kann ja noch gar nicht nach unten laufen oh geil da kann ich mich hinsetzen naja da sitzt Donald Trump weißt du jaaa Spaß nein das ist Frankreich das ist noch schlimmer noch schlimmer dann bin ich jetzt äh Macron boah du hast verloren jetzt musst du noch eine Runde spielen kannst du mal gucken ob es mein kleines Pony einfach gibt ich möchte auch mal spielen HA der hat vor dir ne Wand gebaut ist mir egal jetzt Fick euch alle der bringt dich jetzt um der hat dich umgebracht mich? ja wie ist jetzt die Runde schon vorbei? da hat dich wieder gehielt wieder gehielt aber wo gucke ich denn jetzt die ganze auf den Boden ah ich muss noch hoch gucken ich kann schon hoch gucken ist doch normal ne ja ich bin da bin schon da ich bin wieder da ist das die Bombe? ja eine von zwei was ist wenn man da rein schießt? mach doch ja passiert nix passiert nix die Gegner haben meine Bombe lokalisiert auf heftig Aktion und Vorbereitung ja das gehört jetzt mir? ja weil wir machen dann so einen Durchfluss was weil auch verbündet geschockt ich kann einfach nix ne also es ist kein Fehler aber das kann ich einfach nicht ich habe mir überlegt wir gucken jetzt auch nicht auf McLeodys Pony oder was ich mochte das früher oder ein bisschen meint ihr ist das schwer? ich weiß es nicht einfach ist alles immer voll schwer für mich ich bin einfach kein Zocker ich kann andere Sachen ja kann ich auch auch wenn er jetzt aber mich lacht und wieder sagt ich kann es einfach nicht ne 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 wisst ihr was ihr mich mal könnt kreuzweise ich bin raus von heute ich kann einfach nicht zocken ich finde auch ein Spiel was ich zocken kann und dann ziehe ich euch alle ab da alle sind alle bis zum nächsten mal ciao Outro